Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen in diesem Sturm bei Sea of Thieves. Ja, wir sind jetzt bei dieser schönen Insel. Ach ja, und wir sind hier ein Bündnis eingegangen vorhin. Was ist eigentlich nur ein Text? Oder die 4X? Oder die 4X? Ja, wow. Oh, da spiele ich super. Ich fall gerade wieder runter, wenn ich den auch ruf. Ja, toll. Was hat er plötzlich jetzt getroffen? So, irgendwo hier oben muss. Das ist der Nile. Ja, ist das gesinkt? Was? Ist das gesinkt? Ja, ich bin in der Nähe vom Schiff. Also wenn es sinkt, dann sinkt es. Ja, ich bin doch Hitler hier, oder nicht? Oh, nee. Ich war da noch hinten, oder wie sieht es so aus? So, ich mache einfach das nächste Feuer hier an. Auch wenn ich schon längstens habe. Hm. Aber wir sind doch da ungefähr, oder nicht? Was war denn das, bitteschön? Ich konnte mich bewegen, währenddem ich geschaufelt habe. Hm. Interessant. Was? Ich verstehe rein gar nichts, aber ja. Das da hinten kann es ja nichts sein, oder? Aber da ist das... Ist der Stieg? Nee, das da hinten kann es definitiv nichts sein. Was muss doch da? Immer diese ungenauen Markierungen da, bitte. Da kann es ja nichts sein, oder? Gibt es denn einen Schatz? Anscheinend ja nicht. Egal wo ich grabe, und egal ob ich da genau bin, wo das X sein sollte, meiner Meinung nach, kriege ich es nicht hin. Gut, das könnte auch dazwischen sein. Ich war vorhin hinter dem anderen Stein, und da hat es einfach nichts. Was? 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 Was ist das? Was ist das? ich sag mal so wenn man es später noch mal anschaut dann denkt man sich wie blöd kann man das schön sein aber dann weiß man ja auch schon wo es war was du kannst kann ich auch die truhe schon die frage war eher ob die die truhe mitgenommen hast hier unten ist eine blaue statue ich habe doch gewusst dass ich was höre ich dachte so ja klar die blaue kriegst du alleine ohne probleme hin fünf schläge und du hast auch eine blaue ok ach so die grüne nein die kriegst du nicht alleine ja gut du kannst schon aber wo bist du auf welcher seite der insel ok dann bist du auf der anderen seite der insel ok dann komme ich ja ich hatte auch schon dass zwei gespawnt sind also von dem her ja die grüne kriegst du eher weniger alleine hin man kann sie zwar aber es ist nicht so einfach ja ich komme ja schon ja schön sind bekommen ich habe keinen schlag gemacht du musst off wo muss das teil hin fragen falls aber da würden wir theoretisch ja hinfahren also dann bis in zwei stunden vielleicht ok wer weiß nicht ob ich da noch an bin aber dann bis später dann wird man wieder alleine gelassen naja kann es mal geben ja 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 dann bereiten wir mal das vorher das noch mal was in wasser so toll so was finden wir hier war auch eine crock truhe was für glück können wir denn bitteschön hier haben also pech ich habe jetzt es quell ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Diese Pflanze schütze ich mal ein bisschen Wasser rein. So, ich weiß nicht, wenn die bei Croc and Falls ankommen sollen, aber ich nehme die jetzt mal mit. Oder wann bei Croc and Falls ankommen sollten. So, wir müssen sie jedenfalls gießen. Ach, da sind da auch noch Flaschen. Okay. Zweiten. Oder zwei Uhr bis um zwölf. Und zwölften. Okay. Da haben wir jetzt Zeit. Und zwar ist es auch noch da. Ach so. Da ist nur eine Pflanze. Okay. Aber das war nicht unsere Aufgabe. Croc and Falls, oder? Ja. Interessant. Interessant. Ich glaube, das ist sowieso unser nächstes Ziel. Und deswegen würde ich sagen, ich nehme es mit. Ich kann es ja sowieso gut gebrauchen. Bei Legendary kriegt man auch was. Also man bekommt, man kann einen Rang bekommen. Oder einen Titel bekommen, wenn man pünktliche Lieferungen hinbringt. Und ich meine hier, da wäre sowieso dorthin fallen. Wenn sie kaputt geht, dann geht es kaputt. Eben. Das wäre unser nächstes Ziel hier. Jetzt nehme ich lieber das Ruderboot. Ähm, weg hier. Oder siehehöhle immer. Und, ja. Sehr wahrscheinlich hat da auch jemanden eine Legendary Aufgabe gemacht und hat gesehen, ah, ja, brauche ich nicht, will ich nicht. Ach, das ist eine Schlange. Okay. Aber man sollte damit nicht springen. Okay. Oder hat es gesehen und gedacht, äh, Kraken Falls, nee, da gehe ich definitiv nicht hin. Kann natürlich auch sein. Manche wollen ja nicht alles machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er öffentliche Crew ausgewählt hat, weil ich bin dem Saimi dazu gejoint. Aber ich denke nicht, dass er öffentliche gemacht hat. Naja, wusste er, dass ich dazu komme. Ich glaube, das können wir ja gerade im Ruderboot lassen. Ja, da mache ich eigentlich die Aufgabe eines anderen. Aber ich bekomme trotzdem dann wegen Pünktlichkeit oder pünktliches Liefern. Und er eben nicht. Ach, ich glaube jedenfalls, dass er das nicht bekommt. Ne, ich das mache. Das ist ja auch egal. Ein bisschen Gold. Ich meine für 350. Hä? Stell dir vor. Wenn das jetzt Euro wäre. Ich glaube, dann würde es einfach jeder machen. So, wenn du das machst, bekommst du 350 Euro. Selbst für 50 Euro, ey. Und hier so, ja, haben wir sogar 150 Gold, ey. Hä? What? Boah. Ich wollte es schon sagen. So, jetzt müssen wir nach Nordosten. Danach, was wäre denn der nächste Outpost? Was ist wirklich der? Klar, das wäre der nächste Outpost, aber danach. Gut, dann hoffe ich, dass wir da durchhalten. Und, äh, jo. Wir fahren einfach mal weiter. Und ich würde hier mal beenden, liebe Leute. Ich weiß nicht, wie lange es wurde. Aber vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut und tschüss. Ich weiß nicht, wie lange es wurde. Ich weiß nicht, wie lange es wurde. Das war's. Ich habe ja gesagt, wir machen die Legendary-Requests.